Moin moin Freunde, hier ist Ascha und ich begrüße euch am heutigen Sonntag zu einem neuen Overwatch-Video. Ja, bevor wir ins Video rein starten, auch heute am Sonntag der Hinweis, ich bin heute ab circa 10 Uhr, vermutlich bis in die Mittagsstunden, also 13, 14, 15 Uhr, drüben auf twitch.tv slash highscoreheroeslive und werde mit euch gemeinsam Overwatch spielen. Wenn ihr Bock habt, kommt jetzt nach Anschauen des Videos gerne rüber und lasst uns ein bisschen Spaß haben. Ja, im heutigen Video müssen wir nochmal einen kurzen Nachtrag zu gestern machen, denn dort ist ja das Mardi Gras-Event geleakt in Form von Twitch-Drops. Ja, Twitch-Drops sind zu früh online gegangen auf Twitch, haben einige Leute schon für das Anschauen von Twitch-Streams bekommen und während wir gestern nur zwei von drei Drops gesehen haben, den für die vier und für die sechs Stunden, sah es so aus, dass ich gestern im Video, was ich veröffentlicht habe, einen kleinen Aufruf gestartet habe. Und zwar habe ich ja gesagt, hey Leute, wenn ihr fälschlicherweise auch schon so einen Drop bekommen habt auf Twitch, dann schreibt mich gerne mal an und das haben wirklich einige von euch gemacht. Ich hebe jetzt mal hervor hier den Lego Cheater, weil der war tatsächlich der erste im Kommentarbereich und der hat den zwei Stunden Drop bekommen. Das heißt, was ich euch jetzt zeige, werdet ihr vermutlich im besten Fall noch nirgendwo im Netz gesehen haben, weil das Ganze momentan durch, ja, einfach weil es ein Fehler ist, noch so limitiert ist und wir haben hier was wirklich Exklusives. Und zwar sehen wir den zwei Stunden Drop, der uns den Hammond in dem Mardi Gras Look zeigt. Das heißt, wir haben jetzt zusammen alle drei Twitch-Drops, sowohl für zwei, für vier und sechs Stunden, die ihr dann quasi ab Dienstag regulär alle freischalten könnt, wenn ihr Twitch-Stream schaut. Ja, warum weiterhin einige Leute die Sachen freischalten und andere nicht? Keine Ahnung, wo da der Fehler bei Twitch liegt. Ich kann auch nicht sagen, ob Lego Cheater jetzt Mainstream geschaut hat, ob der in anderen geschaut hat, aber vielen, vielen Dank an Lego Cheater, der mich darauf aufmerksam gemacht hat und mir das geschickt hat. Genauso wie die anderen Leute, die das getan haben. Ja, es ist ein super wirrer Fehler in dem Sinne, aber ich wollte das noch als kleinen Nachtrag geben. Wir wissen noch nicht, ob diese Designs, die wir auf diesen Sprays sehen oder auf den Twitch-Drops, ob die nur ein Spray sein werden oder ob die vielleicht auch wirklich als Skins in die Challenge reinkommen. Dass wir am Ende einen Zenyatta-Skin sehen, dass wir einen Hammond-Skin sehen und dass wir einen McCree-Skin sehen, neben vermutlich einem legendären Ash-Skin, weil am Ende des Tages ist es nun mal Ashs Mardi Gras-Event. Ja, ich sage mal, Erwartungen niedrig halten, zumindest können wir von einem Ash-Skin vermutlich ausgehen und ja, das nochmal als kleiner Nachtrag und ich hoffe, wir sehen uns jetzt gleich im Livestream und ich sage mal, bis dahin. Ja, ich sage mal, bis dahin.